Wenn man sich mit einem spezifischen Thema beschäftigt, dann ist es auch immer sehr wichtig, sich mit Leuten auszutauschen, die sich mit dem gleichen Thema beschäftigen und genau das habe ich auch getan. Ich habe mich nämlich mal mit dem Aktienheld und dem Geldkater getroffen und zu dritt haben wir mal so ein bisschen über das Jahr 2020 gesprochen, was waren hier so vielleicht markante Ereignisse, wie hat sich vielleicht unsere Anlagestrategie im Laufe des Jahres geändert oder auch nicht und vieles weitere mehr. Alle Links dazu, unter anderem die Links zu den beiden Kanälen von den beiden Jungs, findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Lasst da gern ein Abo und natürlich auch ein Like da, wenn es euch gefällt und natürlich den ganzen Finanztalk, den findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ich habe euch heute mal einen kleinen Ausschnitt daraus mitgebracht. Der ganze Talk lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen, insofern schaut gerne mal vorbei und damit würde ich sagen, klicken wir uns doch mal direkt hier rein und viel Spaß bei diesem Finanztalk. Ja, auch gerade wenn man die ganzen IBOs sich mal anschaut, wie die alle eskaliert sind dieses Jahr, jetzt zum Beispiel zuletzt zum Beispiel Airbnb oder auch die ganzen vorherigen, da war ja eins ein größerer Höhenflug wie das andere und da war ja nichts mehr mit rationaler Beurteilung am Start, sage ich mal. Ja, jetzt einfach nur das Beispiel Airbnb, die waren ja dann von der Marktkapitalisierung höher als die komplette Konkurrenz zusammen nach dem IPO. Deswegen, das war halt wirklich, das hatte alles nichts mehr mit rationaler Beurteilung und nichts mehr mit, ich sage mal, objektiver Betrachtung zu tun. Und es war einfach nur noch pure Emotionen, hatte ich teilweise das Gefühl dieses Jahr. Ja, absolut. Waren die dich auch teilweise höher bewertet als Booking? Ja. Weil Booking ist ja der absolute Marktführer. Da ist ja kein Weg an Booking vorbei eigentlich. Also ja, wie gesagt, also keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass Value tot ist in dem Sinne, dass es jetzt auf alle Zeit niemals wieder mehr die Value-Aktien den Markt outperformen. Das glaube ich eigentlich nicht, aber ich glaube, dass ja gerade schon so ein bisschen unrealistisch ist, wenn man sagt, okay, man wird jetzt die nächsten Jahre mit Value den Markt outperformen, weil ja, vor allem jetzt gerade, es passieren so viele Dinge, es ist so schnelllebig und es ist immer schwieriger quasi für den Markt tatsächlich dann eben, ja, neutral zu bleiben, effizient zu bleiben, weil, wie gesagt, dann haben wir diese ganzen Robinhood-Trader, die nach oben pushen, die institutionellen Investoren müssen ihre Gelder aber auch irgendwie investieren und zusammenhalten. Und dann kann eben so eine große Masse halt auch so eine Kursbewegung eben auch mal auslösen. Ja, sagt euch der Begriff Window-Dressing etwas? Ich habe Anfang oder Ende letzter Woche davon gehört, dass sich dann halt die meisten Fonds die Gewinner des Jahres einfach mal ins Depot holen, um sich damit zu schmücken, was wir, um ja, noch eine gute Performance am Ende des Jahres halt zu machen oder jedenfalls einfach zu zeigen, okay, wir sind investiert und, ja, wollen dann halt entsprechend noch ein paar Anleger locken. Du redest jetzt von aktiven Fonds, oder? Ja, genau. Ich denke mal, das ist extrem bezogen auf aktive Fonds. Ja, aber die haben sowieso ganz andere Probleme, weil die ja sowieso immer, sag mal, ein bisschen antizyklisch handeln müssen aufgrund von ihren Anlegern, weil wenn es runtergeht, müssen die das Zeug im Prinzip, ich sag mal, dann günstiger verkaufen, was im Depot liegt. Was eigentlich solltest du theoretisch ja genau das Gegenteil machen, wenn du jetzt den Ansatz hast. Du solltest dann gucken, dass du, wenn du von der Position überzeugt bist, dass du dann, ich sag mal, wenn es runterknallt, günstig nachkaufst. Und genau das Gegenteil machen die ja eigentlich immer. Genau das, was du gerade sagst. Die kaufen dann die, die sehr gut gelaufen sind, das Jahr über sich ins Depot, um zu sagen, hey, guck, wir sind da dabei. Das wollen natürlich dann die Anleger des aktiven Fonds dann auch, die sagen, hey, warum sind wir da nicht dabei? Die sind doch super gelaufen. Ja, klar, die holen wir uns jetzt rein. Und das ist eigentlich genau eins der großen Probleme von aktiven Fonds. Gut, dann kommen wir zum nächsten großen Ereignis in diesem Jahr. Da springen wir schon ein paar Monate weiter und dann kommen wir zu US-Wahl. Die Märkte davor waren bei mir relativ volatil, aber total überraschend, nachdem dann die US-Wahl durch war und es so sich herauskristallisiert hat, wer tatsächlich präsent wird demnächst. Also, dass es immer mehr Richtung beiden geht, kam anscheinend mehr Sicherheit auch in den Märkten und so wurden die Märkte nochmal ordentlich mit Geld eingedeckt. Und ich habe es einfach einmal in die Tf. Ich saß da jeden Tag und dachte mir, was passiert denn jetzt, ey? Wie kann das sein? Und das geht jeden Tag so 1.000 Euro hoch. Das war echt verrückt. Wie habt ihr diese Zeit, diese Phase erlebt? Naja, ich denke, da sind auf jeden Fall mehrere Punkte zusammengekommen. Einerseits die Wahlen, die dann zugunsten für beiden ausgegangen sind. Dann andererseits natürlich der Impfstoff, der dann recht zeitnah bekannt gegeben worden ist, war sein Zufall natürlich, dass es dann danach war. Dann verschiedene andere Sachen natürlich, die, wo du schon gesagt hast, verschiedene Geldzuflüsse, verschiedene Hilfspakete von Regierungen und so weiter. Da ist wirklich jetzt viel, viel zusammengekommen und dieser ganze Ball an, ich sag mal, an positiven Nachrichten auch gerade, wie ich jetzt gesagt habe, Impfstoff, Haufen Geld, das einfach in den Markt geflutet wurde. Ich denke, da ist so viel zusammengekommen, dass sich das dann immer und immer weiter positiv jetzt entwickelt hat. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei mir entwickelt es sich immer noch recht positiv seit diesem Punkt. Ich habe tatsächlich, jetzt bloß mal, um von meinem Depot ein bisschen was zu erzählen, fast an diesem Zeitpunkt ist mein erstes Mal, es ist meine Sparplanoffensive ausgeführt worden, am 2.11. Ja, ist zufällig mit dem Punkt zusammengekommen. Da habe ich jetzt 15 neue Sparpläne laufen. Ansonsten, ja. Philipp? Super, ja, hast du dich da nicht irgendwie abgesprochen, irgendwelche Insider? Ja, ich habe mich natürliche Insider wissen. Ja, also wie du halt schon meintest, das war halt echt eine ziemliche Euphorie, wobei davor ging es richtig runter. Also da ging es ja nochmal richtig runter, da war sehr viel Unsicherheit eben, denke ich mal auch. Vor allem, ja, wir wissen es ja, der orangene Kollege im Weißen Haus. Ja, denke ich mal, wissen wir ja alle. Und seitdem ging es halt echt nach oben und ganz lustig an der Stelle ist tatsächlich, dass zum Beispiel, ich habe ja, wie gesagt, auch zwei Einzelaktien im Depot, eine davon im Immobilienbereich. Und die hat genau ab diesem Zeitpunkt, ja, also natürlich vor allem beflügelt durch den Impfstoff und jetzt weniger durch irgendwie, dass Joe Biden da jetzt dann eventuell vielleicht dann neuer Präsident werden wird, ist die abgegangen wie irgendwas. Also das war ja im November und da ist die deutsche Euroshop über 60 Prozent nach oben geschossen im Monat. Das ist unglaublich gewesen. Da ärgert man sich natürlich im Nachhinein, da hätte man mal ein bisschen nachkaufen sollen, aber keine Ahnung. Ich denke, es war eine gute Entscheidung, es nicht zu machen. Aber das war eben so schon so eine Auswirkung, was man eben gesehen hat. Ja, jetzt weniger vielleicht die Wahl und der Impfstoff, das kam halt alles zusammen. Denk ich mal, dieses Jahr war ja wirklich, da kamen alle, wenn irgendwas war, dann waren es immer mehrere Dinge, die irgendwie ineinander gegriffen haben. Und es ist da so schwer zu sagen, okay, hier war es, kann man irgendwie rational begründen oder irgendwie wissenschaftlich jetzt im Nachhinein sagen, okay, darum, daran hat es halt irgendwie gelegen. Woran hat es gelegen? Und ja, also die Euphorie hält halt, wie gesagt, immer noch an. Und ich bin mal gespannt, wie sich das dann im neuen Jahr entwickelt, wenn wir dann halt wirklich einen Impfstoff haben, der dann eben wirklich auch der breiten Massen zur Verfügung steht. Und wir dann eventuell, ja, vor allem für mein Depot, gar nicht mal so uninteressant, wieder shoppen gehen können und eben wieder reisen gehen können. Ja, das wäre halt, denke ich mal, eine Entwicklung, die bestimmt jetzt schon eben eingepreist ist, so ein Stück weit. Aber ich glaube, wenn es dann richtig losgeht, ja, auch mit der Amtseinführung im Januar für beiden, ich glaube, dass wir da nochmal ein paar Veränderungen eben auch sehen werden, wenn man so ein bisschen reinhört, was er vielleicht plant, was man da so eben zu sagen kann. Und das wird, glaube ich, sehr spannend, im ersten Quartal zu sehen, wie sich die Unternehmen dann da verhalten werden. Das sehe ich auch so. Absolut. Also das wird noch, denke ich mal, sehr, sehr spannend. Ich habe jetzt auch, ja, habe ich euch jetzt vorhin erzählt und ich habe da ein Video zu gemacht. Ich habe einfach mal ein paar Gewinne mitgenommen, beziehungsweise auch, um einfach meinen Sparerfreibetrag auszunutzen. Aber am Anfang des Jahres möchte ich das auch sofort wieder investiert haben und dann schauen wir einfach mal, wie sich der Markt am Anfang des Jahres dann entwickeln wird, wenn tatsächlich Biden endlich mal ins Handel kommen kann und dann, ja, dann erzählt, was er so vorhat. Ja, richtig. Aber was er zumindest dann halt verkünden kann offiziell und dann unsere Orange dann aus dem weißen Haus raus ist. Bis dahin ging es ganz gut und lief entsprechend gut auch bei mir bis Ende Februar, sage ich mal. Aber dann wurde ja Covid-19, also der Virus, Corona-Virus, wurde dann immer präsenter bei uns auch in Europa. Das hat ja in Italien dann angefangen. Und nach und nach hat man dann auch bei mir gemerkt, jetzt geht es ordentlich runter und die Welt merkt einfach, das ist jetzt nicht nur ein kleiner Husten oder eine kleine Grippe, sondern das hat schon Auswirkungen auf die nächste Zeit und ja, 11.3., das war die, ja, die offizielle Verkündung der Pandemie und einen Tag später sieht man schon, ging es schon ordentlich bei mir runter. Und man sieht auch schon die Differenz zwischen dem Februar und dem März. Das macht schon einen Unterschied von 17.000, 18.000 Euro schon aus. Das tut natürlich weh auf den ersten Blick, aber ja, ich hatte einige Bücher gelesen, mir viel von Warren Buffett angeeignet und anderen erfahrenen, ja, Börsengurus, sage ich mal. Und mein Mindset drauf getrimmt, einfach cool bleiben, die Chancen nutzen und nachkaufen und so bin ich auch vorgegangen. Das wird man dann später auch sehen. Wie habt ihr dann in der Zeit gehandelt? Jetzt bloß nochmal kurz das zu erwähnen, das, was man hier jetzt immer sieht, unten drunter ist von dir, Kai, ne? Ich glaube, hast du das jetzt schon explizit gesagt? Weiß ich jetzt nicht. Ja, das ist ja genau, das ist mein Depot. Das ist immer vom Kai das Depot, was man unten sieht. Weil das seine Folien sind, hat er das unten drunter. Von uns wird er dann später noch ein bisschen was dazu sehen, wahrscheinlich. Ja, bei mir war es so, ich habe natürlich gleich zu Anfang, ich habe nicht wirklich am Anfang daran geglaubt, dass es wirklich so, ich sage mal so, extreme krasse Auswirkungen hat auf den Markt. Habe dann gleich zu Anfang der Krise nach dem ersten großen Rücksetzer, wo ich mir dachte, okay, jetzt hat es sich wieder ein bisschen gefangen, die Leute kommt wieder klar, Leute hört auf, Klopapier Nudeln zu kaufen und kommt mal wieder ein bisschen runter, so schlimm wird es schon nicht. Und habe dann gleich Shell gekauft, weil ich mir dachte, okay, jetzt, ich habe so lange darauf gewartet, sofort rein, gleich eine ganze Position aufgebaut. Und was ist natürlich danach gleich passiert? Nach dem ersten kurzen Rücksetzer ist es dann gleich nochmal 20, 30 Prozent runter. Und ich habe natürlich genau zum falschen Zeitpunkt sozusagen gekauft, das heißt zum falschen. Ich denke, dass ich langfristig Shell, also ich habe es im Nachhinein dann natürlich auch nicht verkauft. Ich habe auch alles gehalten. Ich habe nichts verkauft aus meinem Depot und einem nichts verkauft. Bei mir, das Gesamtdepot hat sich um circa, also mein gesamtes Portfolio, 20, 30 Prozent, das ist auf jeden Fall in der Zeit runtergegangen, mindestens. Also ich hatte, um das jetzt mal ein bisschen in Euro auszudrücken, so vielleicht zwischen 10.000 und 15.000 Euro miese, nur in den kurzen Zeitraum. Also was heißt miese, Kursverluste, genau so hat es sich bei mir verhalten in der Zeit. Philipp? Ja, krass. Also, na klar, wenn man halt so breit investiert ist, nur dann kriegt man eben auch den breiten Crash. Und wenn es breit runtergeht, geht man halt mit runter. Und bei mir ist so ein bisschen die Besonderheit, dass, ja, ich bin noch zusätzlich, ich hatte ein Studium im Bereich des Tourismus gemacht. Und dementsprechend dachte ich mir, ja geil, guck mal, vielleicht gibt es ja irgendeinen coolen ETF da auf die Tourismusbranche. Den hatte ich schon letztes Jahr, so 2019 hatte ich den schon gekauft. Naja, und der ist halt mal richtig, richtig runtergeflogen. Und, ja, also so der absolute Tiefpunkt in meinem Depot, den kann man super an genau diesem ETF eigentlich feststellen. Das war der 18.3. Absoluter Tiefpunkt, da, ja, also der, alleine dieser Reise- und Freizeit-ETF war da 53% im Minus. Also, das ist, ja, und der war halt noch irgendwie, ein Monat davor war der halt noch ein bisschen im Plus. Also, das ist schon unglaublich, was da abgegangen ist. Kurzer Einwurf, Philipp. Weißt du, welche Positionen da ungefähr ein bisschen drin sind, so grob die größten Positionen in dem ETF? Größten Positionen? Also, zu dem Zeitpunkt kann ich es dir gar nicht mehr genau sagen, weil der Index sich so krass jetzt geändert hat. Also, zum Beispiel eine Carnival, also die, eine sehr große, oder der größte Kreuzfahrtsunternehmer überhaupt, die sind, glaube ich, gar nicht mehr im Index drin. Eine Lufthansa war relativ hoch gewichtet, eine TUI war irgendwie alle mit ein paar Prozent. Ja, also, ist halt vor allem speziell auch nochmal extra Europa eben gewichtet und ich glaube, jetzt hast du 14 Positionen überhaupt noch in dem Index. Vorher waren es 30, die sind wahrscheinlich alle rausgeflogen, weil Marktkapitalisierung runter, ich weiß es nicht ganz genau. Aber das war halt echt, das war schon krass. Also, hat man echt richtig stark gesehen. Da ging es ordentlich runter. Ich weiß nicht, ob wir können wir jetzt mal hier sehen, was war bei dir da. Ja, ich schau mal gerade. Ich glaube, ja, tatsächlich ist der Tiefstpunkt so der 18. Genau. Genau. Bei mir war es der 20. Also, auch so um den Dreh, genau. Ja. Ich glaube, je nachdem, wo man so ein bisschen den Fokus hatte, war es entweder der 18. oder halt irgendwie so nach dem Wochenende so oder um den 20. rum. Ja. Und den DAX hat es auch zerfetzt, wie man hier sieht, mit minus 36 Prozent am Anfang des Jahres. Ja, das ist schon echt krass. Also, ich habe es am Anfang auch ganz stark unterschätzt, muss ich sagen. Ich habe es nicht so, ja, überhaupt nicht so realisiert, dass es so eine Auswirkung dann eben auch so schnell haben kann. Und genau, also eigentlich abgesehen dann vom Reise- und Freizeit-ETF ist, ja, so von den ETFs zumindest alles wieder, hat sich dann eigentlich ganz ordentlich entwickelt so. Und ich denke mal, da die Auswirkung, wer diese Auswirkung nicht im Depot zu sehen hat, der, weiß ich nicht, hat vorher wirklich, der hat wirklich eine Glaskugel zu Hause gehabt. Also, das ist echt krass, ja. Aber ich glaube, in diesem Fall waren auch alle Asset-Klassen betroffen, soweit ich das so mitbekommen habe. Selbst, ja, die sichtige Anlageklasse bei Crashes mit Gold ging runter, Bitcoin ging runter, Immobilien, also Reids, da war alles dabei. Den Finanztalk in seiner gesamten Länge findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da gerne mal rein, es hat echt sehr viel Spaß gemacht und war super interessant, mal mit den beiden über das ganze Jahr 2020 investieren und die Börse zu sprechen. Ich habe es, wie ich euch, wie gesagt, verlinkt. Checkt auf jeden Fall auch mal die beiden Kanäle aus und lasst auf jeden Fall auch ein Abo und ein Like da. Da freuen wir uns alle sehr drüber. Ansonsten soll es das an der Stelle mit diesem Video gewesen sein. Lasst doch auch hier gerne ein Like und ein Abo da und dann freue ich mich, wenn wir uns auch beim nächsten Video wiedersehen. Bis dann.